Hey, nutzt du Bodylotion? Ähm, ne. Und wieso nicht? Hatte ich jetzt noch nicht das Gefühl, dass ich das brauchen würde. Aber es ist schon gut für die Feuchtigkeit der Haut und für das Gleichgewicht der Haut. Ich habe da auch was dabei. Würdest du es gerne mal ausprobieren? Ja, warum nicht? Das war Anisa Naturkosmetik. Kannst du einmal verreiben und mir sagen, was so deine ersten Gefühle, Worte dafür sind? Riecht auf jeden Fall sehr angenehm. So ein bisschen nach Kräutern. Ich glaube, meine Haut mag es. Würden wir es bald bei dir im Badezimmer stehen sehen? Ist schon ganz geil. Vielleicht probiere ich es mal.